Diesen leckeren Kuchen bekommen Sie in jedem niederländischen Café. Das ist eine Appeltart. Und gebacken hat die für uns ein waschechter Niederländer. Fernsehmoderator Harry Weinfurt. Der wohnt in einer Bauerschaft bei Senden und hat uns im Karneval nämlich ein Versprechen gegeben. Und das hat er jetzt eingelöst. Sogar bei 35 Grad im Schatten. Respekt. Ja, hallo. Und herzlich willkommen hier in der Schöllinger Schule. Das heißt, es war meine Schule hier? Ja, das ist die alte Bauernschaftsschule in Schölling. Das ist das Lehrerwohnhaus. Da ist das Klassenzimmer. Wir sind verabgeltet schon seit dem Karneval, ne? Das ist richtig. Beim Tennengericht. Und das war im Januar in Münster. Und der Grund, warum Harry Weinfurt heute den Ofen anheizt. Beim Tennengericht gab er den Staatsanwalt und uns das Versprechen, einmal für unsere Lokalzeit-Kuchenserie zu backen. Auch wenn Harry Weinfurt schon als Jugendlicher nach Deutschland kam, wie man eine Appeltart macht, das steckt jedem Niederländer ganz tief in den Gehen. Echt lecker mit Rosinen im Karneval. Rosinen und Zimt kommen aber erst in die Füllung. Das hier wird der Teig. Zu Mehl und Zucker etwas Zitronenschale. Dann noch Eigelb, das Weiße aber bitte aufbewahren. Außerdem Butter und Salz. Warum die Niederländer ihre Appeltart so lieb haben, erklärt sich Harry Weinfurt so. Weil wir sehr viele Apfelbäume haben, seit Generationen, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und dadurch, dass wir die Kolonien hatten, hatten wir ja auch Zugriff auf Gewürz und Zimt. Jetzt haben die schnell entdeckt, dass das sehr gut bei Apfel dazu passt. Zum Backen hat ihn seine fränkische Ex-Schwiegermutter gebracht. Der hat immer Blechkuchen gemacht und vor allen Dingen Weihnachtsplätzchen. Und da habe ich gesagt, Mensch, das hätte ich. Da hätte ich auch mal Spaß dran. Und dann habe ich gesagt, ich gebe dir ein Kochbuch. Und danach habe ich Plätzchen gebacken. Aber ich habe mich exakt an die Vorgaben gehalten. Dann habe ich Vanillekipfel gemacht. Dann habe ich ihr ein Tellerchen Vanillekipfels gebracht. Ich habe gesagt, oh, hast du Plätzchen gebacken? Ich habe gesagt, ja, eben ein Vanillekipfel. Dann nimmt sie eins und steckt sie im Mund. Und so, umgedreht. Und dann drei Tage nicht mehr mit mir gesprochen. Weil meine Vanillekipfel waren besser als ihre. Und auch dieser Teig ist ihm gelungen. So, der kommt jetzt für eine halbe Stunde im Kühlschrank, damit er schön durchziehen kann. Für die Füllung braucht Harry Weinfurt sechs Äpfel, brauner Zucker dazu und das absolute Muss neben den Rosinen der Zimt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Das macht ja diesen Kuchen ja erst so richtig holländisch. Und das geht auch im Sommer? Das, Apfelkuchen geht immer. Jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört. Dabei ist der Niederländer an sich gar nicht so fürs Backen. Kuchen gibt es üblicherweise nur zu festen. Und dann nicht als selbstgebackene Torte, sondern als selbstgekaufte Mini-Törtchenplatte in Kunterbund. Und zwar genau abgezählt. Für jeden nur eins. Dann sitzt du als Kind am Tisch und dann siehst du den Teller mit diesem bunten, ach, den gelben, den hätte ich gerne. Und dann geht aber natürlich erst die Runde an die Erwachsene. Und bis du dann als Kind dran bist, war der gelbe natürlich wieder weg. Als Harrys Familie in den 60er-Jahren nach Deutschland zog, gab es aber so eine Art Erweckungserlebnis. Da waren wir bei einer Bauersfamilie eingeladen, wo wir da unser Milch immer gekauft haben. Und da standen dann drei große Bleche mit Kuchen auf dem Tisch. Und mein Vater sofort, nur ein Stück, nur ein Stück. Und da sagte die Frau Seibel, ja Kinder, nimmt, nimmt, nimmt. Und das war dann der Anfang vom, ich genieße Deutschland. Die Äpfel sind inzwischen hinter Teig. Gittern und mit Eiweiß bepinselt. Auch das ist typisch niederländisch. Also ab in den Ofen damit. Unser Team darf probieren. Und Harry Weinfort hat recht, Apfelkuchen geht immer. Und natürlich haben wir für Sie das Rezept. Auf wdrmünster.de und per Post gegen einen frankierten Rückumschlag. Auf wdrmüllerbrief. Untertitelung des ZDF, 2020